Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mein kleines Betizbuch vollbekommen. Da zeichne ich ja auch öfters mal rein. Am Anfang habe ich etwas mehr gezeichnet, am Ende habe ich nie mehr so oft reingeseichnet, weil ich keine Zeit hatte oder einfach keine Lust, weil ich zeichne ja meistens nur, wenn ich in der Bahn bin oder in meinen Mittagspausen zeichne ich da auch mal rein. Aber irgendwie hat mir dafür die Motivation gefehlt oder ich habe auf losem Papier gezeichnet. Am Anfang sieht man jetzt nur ein paar ganz süße Skizzen. Ich habe hier die, wie soll man sagen, die unwichtigen Seiten mal mit Büroklammern zugemacht. Da ist ein kleines Ich. Hier ist, wie hieß die nochmal? Das ist ein OC von mir, aber ich weiß ihren Namen nicht mehr. Kami? Ich meine, sie heißt Kami. Wie süß. Ah, Kami. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gezeichnet. Es tut mir leid, Kami. Du bist cute. Kami. Den habe ich, glaube ich, nie richtig gezeichnet. Tut mir leid, Kami. Oh, Peach. Mehr Kami. Schon echt cute. Ich muss ihn noch ein bisschen mehr zeichnen. Aber meistens zeichne ich ja nur Jina. Ach, da ist ja nochmal Kameo. Kameo. Nett, nett. Ja, da war ich sehr wütend, weil ich irgendwas nicht hinbekommen habe. Ich wollte aus der Vogelperspektive zeichnen. Aber ja, wie man sieht, sieht es sehr hässlich aus. Darum habe ich mich wütend drüber gezeichnet. Ja, ein Teil meines Schreibtisches. Das habe ich nicht gemacht. Das hat eine Mitschülerin gemacht. Die finde ich eigentlich auch ganz cute. Urlaub. Ich hätte gerne wieder Urlaub. Oh, es sind sehr viele Seiten. Ah, das war für... Da habe ich von meinem Zeichenkurs so ein Würfelblatt bekommen. Also man sollte dann ein paar Mal würfeln für so Charaktereigenschaften. Und ich habe mir diesen Charakter zusammengewürfelt. Das ist Mala. Die habe ich auch nur ein einziges Mal gezeichnet. Für das Bild halt für diese Challenge. Und danach gar nicht mehr. Ja, ja. Donald Duck. Das war auch für so eine Würfel-Challenge, aber es war ein Charakter mit zwei Köpfen. Ich bin gar nicht einmal klargekommen. Da habe ich einfach aufgegeben. Es gibt nur diese paar Skizzen davon. Das habe ich nicht ausgearbeitet. Also ich zeichne mich hier sehr oft rein. Obwohl, ich zeichne mich generell in letzter Zeit öfters. Hier wollte ich mal wieder üben, Kinder zu zeichnen. Ja, irgendwie ist das nicht so meine Stärke. Obwohl, der ist eigentlich ganz cute. Hier war der Mermaid. Das waren so ein paar Ideen. Die habe ich ja auch umgesetzt. Vielleicht kennt ihr ja jemand aus meinem Mermaid-Video. Aber besonders viel davon habe ich nicht umgesetzt. Also das war wirklich sehr wenig, was ich da gemacht habe. Also ich hatte leider nicht wirklich Zeit dafür. Ich hoffe, dass ich in Oktober dieses Jahr wenigstens schaffe. Und es bin jetzt sehr brauche ich. Interessanter Finger. Was auch immer das da ist. Das war für die Papaya, meine Jungenfrau. Da habe ich eine Papaya studiert. Ich habe so, ich glaube, was heißt intuitives Zeichnen. Ich bin mir nicht sicher. Also wirklich nur eine Stift in die Hand nehmen und drauf losmalen oder nachzudenken. Aber ich habe es nicht wirklich geschafft. Ich habe trotzdem zu viel nachgedacht. Ich habe es letztens nochmal versucht, hier in meinem großen Übungsskizzenbuch. Und dabei, also ich habe auf jeden Fall nicht nachgedacht. Aber es sieht auch nichts aus. Es sieht einfach aus wie, ja, ich kann das da gleich mal raussuchen. Ja, irgendwas hat durch eine Seeschlange entstanden. Die finde ich eigentlich auch ganz cool geworden. Die habe ich nochmal größer gemacht mit Gouache. Aber danach habe ich sie gar nicht mehr gezeichnet. Die müsste ich mal ausarbeiten, weil eigentlich ist die ganz cool. Ich habe mir so ein paar Skizzen gemacht. Ich habe ja die Nulldruck angefangen und ich wollte für eine Tasche so einen Druck machen. Das war die erste Idee, aber ich habe in letzter Zeit gar keinen Nulldruck mehr gemacht. Hier so einen Schädel habe ich ja umgesetzt. Nur, dass das Innere halt schwarz ist, weil das war natürlich einfacher. Das wäre eine Bahn. Den Typen werdet ihr noch öfters sehen. Er sitzt immer vor mir, also habe ich ihn sehr oft gezeichnet. Ja, da ist er auch wieder. Und ein Bubble Tea. Aktuell lese ich eher in der Bahn oder stopfe meine Pinterest-Wände voll mit Ideen für den Inktober oder einfach so mit Zeugs. Das kann man ja immer gebrauchen, obwohl ich glaube, von meinen Pinterest-Wänden benutze ich vielleicht 10% der ganzen Sachen, die ich da drauf pinne. Loki. Ein Kaktus. Da habe ich auf Instagram, ach, auf Instagram, auf YouTube so ein Video gesehen, wo man so ein Muster machen kann und habe es dann aus Langeweile mal nachgemacht. Ja, ist eigentlich ganz witzig und geht halt relativ schnell. Hier habe ich in der Langezeit gar nicht mehr gezeichnet. Das waren bestimmt, ich weiß gar nicht, bestimmt fünf Wochen, wo ich hier nicht mehr reingezeichnet habe. Den habe ich wieder gezeichnet. Natürlich mein Standard-Bloot aus der Bahn. Und das müsste das Letzte sein. Ja, das ist die Art-Style-Band-Challenge. China. In. Gebändet. Äh, ich habe ja nochmal ein bisschen das bearbeitet. Ach ja, die war im letzten Skizzenbuch-Tour-Video war die drin. Ja. Ja, mehr ist hier nicht zu sehen. Mein neues Skizzenbuch habe ich auch schon wieder fast zur Hälfte voll. Das ist aber auch nicht besonders groß. Das ist hier nur so ein dünnes Heftchen. Ich glaube, das ist von Kunst und Papier. Ich habe es mit ganz vielen Stickern beklebt. Ich denke mal, dazu kommt ja wahrscheinlich auch bald eine Tour. Wobei ich werde das hier nicht sofort hochladen und erst so ein bisschen später, weil ich habe ja erst letzte Woche die andere Skizzenbuch hochgeladen. Ähm, ah ja, ich wollte dieses Bild raussuchen von diesen intuitiven Malen. Ja, das hier ist mein Skizzenbuch für so Übungen. Hier ist noch nicht so viel drin. Aber es wird bestimmt noch ein bisschen mehr werden. So. Ähm, wo haben wir das denn? Ja. Ja. Ähm, wie man sieht, habe ich nicht nachgedacht. Nur diese beiden Papier, die da hier. Keine Ahnung. Ich dachte, das würde irgendwie cool aussehen. Tut's aber nicht. Ja, ich werde das, glaube ich, nicht verstehen. Na ja. Ähm. Dann lasst da andere hoch, damit es euch gefallen hat. Für mehr ein Abo. Und sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.